Seitenspringen ist immer für mich so eine Sache, dann ist es rum was in der Beziehung nicht in Ordnung und denkt man auch an die Gefühle, dass du Partner sollst bleiben. Naja, wem es gefällt. Nein, oh Gott, nein. Doch. Kann man machen? Was ist das also, wenn die Partners nicht mitbekommen? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich finde, wenn man glücklich ist, dann sollte man auch bei einem Partner bleiben und seitenspringen halt auch nichts. Na, wenn du es nicht mitbekommen, kriegst du ihn nicht weh. Gott sei Dank habe ich keine Erfahrung, ich hoffe, es bleibt so. Na, wenn ich es nicht mitbekomme, kriegst du mich auch nicht weh. Ja, da sollte man sich vielleicht vorher überlegen. Also wenn man in einer Beziehung ist, dann sollte man es vielleicht auch besser sein lassen, ja. Gelegenheit macht. Das kommt hinterher hin, ja. Na gut ist es natürlich nicht, weil derjenige, der bedroht wird, für den ist es natürlich immer schlecht. Also das geht gar nicht meiner Meinung nach. Der braucht vorher frei. Und jetzt bin ich eh aus dem Alter, wo es noch interessant ist. Ich hatte dich. Wie nervös. Und jetzt bin ich.